Musik 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 Nein, nein, nein! Musik 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 Wow! Oh oh! Musik 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 Schnell rein da! Hallo! 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 Guten Tag! Guten Tag! Ah, mal kurz hier nachladen! Ah, mal kurz hier nachladen! Oh oh! Ähm, die auslösen! Achtung, vor allem nach der Treppe! Okay! Habe ich euch! Verstanden! An alle Teams! Genau! Diemen 1 2 an Red Hammer 7! Wir werden von Truppen am Südeingang des Krankenhauses beschossen! Erbitten sofortige Unterdrückung! Over! Roger, Diemen 1 2! Hammer hat nicht Kontakt zu dieser Position! Ziel erpasst! Bereit halten für Nahfeuer! Okay! Dann los! Der Fall! Nee, brauchen wir nicht! Raus da! Los! Das! Diggler! Diemen 1 2! Red Hammer 7! Diemen 1! Diemen 1! Diemen 1! Diemen 1! Diemen 1! Tai 2! Greenes Licht beoppt英um! Hurrah! Hurrah! Hoorah! Yo! Anøtos! Bewe dun! Anøtos! Hanma de Sepphanze evin! veis in Zeit! Achso, das ist zum Haustürzen dieses Symbol. Okay. Oh oh. 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 auf 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 ein Ziel! Vorwärts, los! Bein, wir reich nicht unserer Bühne! Bein, wir reich nicht unserer Bühne! Bein, wir reich nicht! Bein, wir reich nicht! Masse, ihr Kurs! Auf ein, seine Säule! Wir sind aktiv, 20 Meter entfernt! Achso, ey, ey! So, nächste, nächste, nächste! Wir sind aktiv, 20 Meter entfernt! Alle sind ungeschützt! Boah, Junge, hat der mich erschrocken, ey! Mann! Aber ja, holen wir uns den Huren-Zone-Grex! Solange wir ihn lebend kriegen, 3-1! Verstanden! Tieren ist, Freund! Vorwärts im Füßen! Vorwärts im Füßen! Vorwärts im Füßen! Die SLBs sind hier mehr, verdammt! Bein, die Nerven ist! Aufpassen! Los jetzt! Verstehen! Ich hör! Ich hab' ihn erlöst! Hab' ihn erlöst! Mann! Ich will aber die M4 nehmen! Dann geht mir in der Fall! Achso, einer ist dann! Na, super! Die SLBs ist ganz! Hab' ein Ziel! Los jetzt! Verstanden! Das wird ausgelaufen! Vorwärts! Eieieiei! Geht aber ordentlich! Die Party ab, ey! Das sag' ich dir! Die war genau in meinem Gesicht! Super! Ziele bewegt sich! Nein! 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 Das war's noch ein Kin metro! Let's go! Das war's noch! Nein! Danke! Okay, dann drüber! Nein, nicht aus. Ich bin der Kuss. Ach, okay. Ah, okay. Ah, nee. Ah, nee. Ich bin dir auch schon wieder keine Munition, ey, geil. Ich bin dir auch nicht, ja super. Meinten jetzt. Ähm. Ja, komm, dann muss ich doch die FL nehmen. Nein. Ach, hier komm ich gar nicht raus. Hier auch nicht. So. Für die, die Munition auch so langsam knapp wird. Geil, Doppelläufiger. So, was hab ich hier? Ja, ne, feil. Ah, toll. Das steht verdammt fest. Verdammt nochmal. Hier ist gerade eine Märzinfarkt gestorben. Die töten. Ups, okay. Na gut. Ist ja gut. Das steht verdammt fest. Tut mir leid. Das ist eine verschissene Leichenhalle. Könnte ein Hinterhalt sein. Puschunier, Dekon. Sucht mir nichts. Überprüft sie. Und zwar alle. Okay. Enter. Ich habe nichts. Über die AK mit. so auch ein Schütze. Entschuldigung. Aber leid, das ist hier so weit zu retten. Feindliches M.G. lädt nach! Oh fuck, oh fuck, oh fuck! . . Ja. Eeeeeeeeee! Ja, 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 ja! Es geht gut, es geht gut. Aha. Räuno. Ah, bist du jetzt! so so oh geil ihr seid machtlos man hat euch geschickt um mich zu tötet und ihr sterbt für eure Bomben und eure Kriegspangerei was ist du dreier wie ihr uns weiterhin mit euren Raketen und Kugeln beschießt werden wir unsere Messer in euch rammen als Vergeltung wie ist die Lage Regierungen Wolf identifiziert drei Marines als Geister er wird sie töten wir müssen rein flankiert sie von hinten ich gehe von rein Alex nimm das Fenster ich such mir einen anderen Weg verstanden okay Briggs wir gehen rein ich bin bereit bald nehmen bereit fasst den Bastard lebend Alex nicht erschießen nur festhalten Geil wir sind da Bruder alles gut alles klar Alex gut Briggs Omar Suleman sie befinden sich nun in Gewahrsam dieser Spezialeinheit tun sie was ich sag oder sie sind tot sehr gut alle Demon Teams Marines sicher der Wolf ist im Sack bringen wir ihn zur Botschaft der ist doch blind die sind 2 6 Ecke im zweiten Stock für Evakuierung Achtung primärer Zugangspunkt ist sicher aber das Fenster schließt sich sehr schnell Roger setzen in 3 2 6 Ende 3 Minuten in 3 Minuten sind meine Männer drinnen und wir werden euch alle töten ich wollte dich eigentlich lebend ich kann mich aber noch umentscheiden ihr habt den falschen Mann Lieben sag was du getan hast wir haben das Gas nicht wer dann jemand sehr gefährliches wo ist es wenn ich's nur wüsste der Schlechter ist draußen und du nur Mörder wir sind doch alle Mörder oder es stimmt wir müssen weg jetzt 3 1 und 2 6 Schüsse wir werden den VIP sichern melden uns verstanden 3 1 Gravo ist auf dem Weg auf Evakuierung vorbereiten 30 Sekunden Roger 30 Sekunden da ist eine große Drucke unbekannter am Haupttor der Katala ist da unten wir müssen auf Start wir müssen schnellstens zu Echo auf die kommt hier die Hölle zu wer hat nicht reagiert warum hallo was da los was da los passiert Ja, ähm, ich lasse mal was rein. Okay. Habt ihr mal Würf gehabt, ey? Was, wir haben nur hier so ne... Na gut, dann haben wir halt nur so ne Pistol. Wir müssen den Schutzraum vor Al-Qahtala erreichen. Und das Botschaftspersonal? Al-Qahtala will den Wolf. So wie wir. Gut, dass Sie hier sind. Wir brauchen fünf Minuten. Wie kann ich helfen? Suchen Sie Waffen. Blockieren Sie die Tür. Sie sind das Extraktionsteam! Nicht Ihres. Ich bin in der amerikanischen Botschaft. Bedeutet aber, dass die einem verbrechen. Sie brechen wir jetzt durch. Wir brauchen einen neuen Extraktionsport. Auf amerikanischen Boden zu gehen. Was? Scheiße. Was müssen die Typen angreifen, Sir? Negativ. Wenn Sie es auf dieser Seite schaffen, erreichen Sie den Wolf vor uns. Verstanden? Jawohl, Sir. Gut. Geh vor. Du. Sofort aufwachen. Alle zurück. Wir wollen nur den Wolf. Heute muss keiner mehr sterben. Schlüsselkarte? Ich. Wie stehst, Käpt'n? Willst du sie sterben? Sie. Mitkommt. Halt. Sein Leben, Sergeant. Jetzt. Geht ums den Wolf. Die Nade ist schwer. Nicht auf. Hey. Wir kriegen ihn. Jede Wetter. Wetter auch aufmachen können. Das Gebäude ist abgeregelt. Wir kommen nicht raus, Käpt'n. Im Moment müssen Sie ruhig bleiben. Ach, damit wir die hätten erledigen können. Was? Ich war doch wieder geheilt. Ich war doch wieder geheilt. Ja, w-was? Wo willst du hin? Wo möchten sie hin? Mein Herr. Steht's des Weges. wo ist es? Di wo ist es ja ja, wo ist es ja wie ist? Sie sind unterwegs zu euch. Verstanden. Drücken wir in den Keller vor Kai. Geh voran. Sie ist verschlossen. Ich mach das. Wow, was für Moves ey. Feinde im Freien. Frei an. Sie sind im Keller. Verstanden. Achtung, das sind Feinde von der Schubkraft. Viele lehren sich. Lassen wir Sie wissen, dass wir hier sind, Sargent. 3-1 sind da. Pfarrer, kämpfst du noch für das Gute? Immer, Captain. Der Botschafter ist noch da drin, Sir. In der Falle. Halt ihn an der Strecke. Wer hat die Tür eigentlich wieder zugemacht? Wie er nicht? Danke für die Hilfe. Eine Freude, Sir. Oma Suleiman. Kennen wir uns? Du warst mal auf unserer Seite. Der Wolf war ein Freiheitskämpfer. Das bin ich noch, Bruder. Die Männer des Schlechteres sind gleich beim Botschafter, Captain. Okay. Kyle, beman die Kameras. Führ den Botschafter in Sicherheit. Seine Schlüsselkarte öffnet die Hintertür. Die anderen kommen mit mir. Herr Botschafter, hören Sie mich? Ich versperre die Tür. Steck Sie! Herr Steck Sie! Oh mein Gott! Geh nicht! Nein, nein, nein! Nein! Halt! Halt! Nein! Scheiße! Captain, der Botschafter ist tot. Aber ich kann seine Assistentin zu Ihnen führen. Mach das! Hallo! Hallo! Können Sie mich hören? Hallo? Hier spricht Sergeant Kyle Garrick. Stacy! Stacy, der Wittner! Tun Sie, was ich sage, dann bringen wir Sie in Sicherheit. Nehmen Sie die Schlüsselkarte des Botschafters und gehen Sie zur Tür. Okay. Ich hab die Schlüsselkarte. Und jetzt? Alter, was ist das denn? Nach rechts. Da ist ein Schrank am Ende des Flures. Da ist ein Rollwagen beim Bücherregal. Gehen Sie! Oh mein Gott! Wo ist der? Wo ist der Wolf? Da ist der beschissene Schlechter. Ich weiß es nicht! Lüg mich! Andere Seite! Der Wolf ist hier! Sag mir wo! Ich bin doch nur ein Dauerlöser! Oh Mann! Klasse Typ! Gehen Sie zum Torridor! Los! Gehen Sie jetzt zur Tür! Oh, zur Tür! In die Parzelle! Los! Oh mein Gott! Adam! Adam! Nein! Stacy, nehmen Sie das Telefon! Wir wollen nicht hier raus! Verdammt, Stacy, lassen Sie ihn zurück! Es tut mir leid, Adam! Nicht schreien, Stacy! Nicht bewegen! Ich will nur draußen! Ich auch! Wir machen das, Stacy! Sie sind fast draußen! Er ist weg! Gehen Sie zu diesem Arbeitsplatz! Auch eine andere Sicht! Sie werden mich finden! Gehen Sie zum anderen Arbeitsplatz! Okay, ähm... Zum nächsten! Los! Nein, nein, nein! Den Gang runter! Zum nächsten! Gott! Sie sind scheiße! Ah, nein, nein, verdammt! Ich dachte, er geht nach rechts, sodass wir an dem Sneaky Peaky vorbeigehen können! Stacey, Sie sind fast draußen! Er ist weg! Gehen Sie zu diesem Arbeitsplatz! Boah, war das knapp! Gehen Sie zum anderen Arbeitsplatz! Okay, jetzt gehen wir mal da hin, in die Kamera! Äh... Jetzt gehst du mal ganz einfach hier rüber! Los! Oh, oh! Ah! Mann! Die drehen sich aber auch immer in den ungünstigsten Momenten um, ey! Ja, aber so eine Schleichmission, das ist doch, ähm... Wahnsinn! Sie sind fast draußen! Okay, warte mal, aber jetzt gehen wir in die Kamera! Jetzt geht der hier rüber! So, jetzt gehen wir in die Kamera! Warten wir darauf, dass der sich umdreht! Wir können nicht darauf warten, dass der sich umdreht! Scheiße! Sind Sie da? Wer findet sie? Steffi, geh jetzt in Ruhe! Also, ich muss sie da rüberführen und dann warten und dann... Äh... Ätzend! Ich auch! Wir machen das, Stacey! Sie sind fast draußen! Er ist weg! Gehen Sie zu diesem Arbeitsplatz! Jetzt mal da hin! Da kann sie sich... Da kann sie nicht entdeckt werden! So! Sie werden mich finden! Gehen Sie zum anderen Arbeitsplatz! So, gut! Los! Was? Das ist der CPA! Okay. Wir schauen uns, um, zum nächsten Mal. Da steht eine Wache beim Ausgang. Sie müssen sie auflinken. Was muss ich tun? Herr Schreider, los, jetzt! Ich gehe! Schalten Sie ihn ein! Zurück, zur... Zurück! Rennen Sie zum Ausgang! Los! Zurück! Zurück, zurück! Wo zieht er raus? Ganz sei Dank. Schafen, wir haben Sie auf dem Parkplatz gruppieren. Sehr schön. Verstanden, Boss. Alle Einheiten auf dieser Frequenz. Die Botschaft ist gefallen. Marines richten einen Sammelpunkt an der Botschaft der Residenz ein. Hier spricht Captain Price, SAS. Wir arbeiten uns Zeug vor. Garrick, wir gehen. Verstanden. Bei dir. Achte auf Sulamann. Captain. Was ist der Plan? Wir stoßen am südlichen Gelände zu den Marines. Wo ist das Gelände? Es ist nicht weit. Durch die Gasse auf der anderen Straßenseite. Alles klar, Gary. Aufmachen. Dankes Archen, Sie haben mein Leben gelöst. Diese Schlüsselkarte kommt uns an. Beratmann. Rechnen mit Feindkant. Bleibt die jetzt bei uns, oder? Wo ist... Okay, die bleibt bei uns. Ich dachte schon, ja, jetzt ist sie weg. Oh oh. Oh oh. Alter. Alter. Die mit den scheiß Molotows, ey. Alter Schwede. Mann, 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 Mann. So, ey. So, du bist jetzt mal hier. Die Gasse auf der anderen Straßenseite. Los! Sind die noch hinter... Äh? Eko 3, Sie können vorrücken. Verstanden. Wir kommen zu Ihnen. Ob Aktivität ab. Was denn hier los? Ruhe jetzt. Hier draußen ist es nicht sicher. Wir sind aufgeflogen. Nachsamen. Sofort. Da ist das Gelände. What the fuck? Garak, benutze die Schlüsselkarte. Bring uns rein.